sie nötig da kann man jetzt eigentlich aus richtig besser und einfach alle jetzt alle obzenten da geht es jetzt hier wo sie sind das ist die frage einen nicht lang aus der hause das ist nicht Nein, bitte. Ich nehme Lava-Brenne, weil du Alpes rennt, oder? Nein. Oh, genau. Ich hupfe mich rein. Genau als der richtige Tochter. Enteil. Ich hupfe rein. Ja, da war jetzt nichts dabei. Aber ich glaube, wir müssen den Ding noch verbrennen. Denk mal gleich. Nein. Da brennen wir wieder ein wenig Alpes. Was würden wir denn sonst tun? Ja, aber jetzt waren wir ja die ganze Zeit draußen. Das war jetzt die Todesschrei. Schau. Da habe ich ja nichts gebraucht. Hm, da müsste der Schlüssel irgendwo anders sein. Können Gebrauchszei. Hm. Wollen wir jetzt mal schauen. Ah! Muss ich doch mal schauen dort? Ohohoho! 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 Ohohohohoho Ohohohohoho Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, fuck. okay jetzt oder wusste ich sei das ist meine zwengel das ist jetzt wieder mal richtig richtig Krocke Scheiße. Hupadafe! 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 Scheiße! So, Abschied sag ich leise Scheiße. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, jetzt haben wir das schon mal geschafft. Ich hätte jetzt eh den dort drüber brauchen. Ah! Ich bin aufgefahren. Ich bin aufgefahren. Ich bin aufgefahren. Jetzt hat's eh gespeichert. Jetzt steckt man dich doch noch so dran. Ich kann rein kommen. Oh! Da war der kurzen... ...und ein Sprinter. Ja, dann... ...viel Spaß beim Schauen. Denkt ihr nicht, war ich dabei? Weil ich hab mich jetzt am Anfang schon wieder ein wenig angestellt. Das jetzt mit der Hand war echt ein wenig krank, muss ich sagen. Also viel Spaß beim Schauen. Und bis zum nächsten Mal bei Little Nightmares 2, hab ich dir die enger Bullfrog. ... ... ... ...